Ich bin der Lukas, ich bin 19 Jahre alt und habe für drei Monate jetzt einen Aufenthalt für Neuseeland gebucht. Bei WIRES, ich habe einfach die Organisation gewählt, weil ich eine Sicherheit haben wollte nach dem Abi, wo man einfach die Welt erleben kann und bei der Organisation konnte man einfach nichts falsch machen, weil die einfach jedes kleinste Detail gedacht haben, eine Checkliste hatten, wo du einfach nichts vergessen konntest und das fand ich einfach super. Ich bin die Julia, ich bin 19 Jahre alt und bleibe wahrscheinlich für drei bis vier Monate hier in Neuseeland und ich habe mit WIRES gebucht, weil ich es einfach geschickter fand, dass einem so doll unter die Arme in die Krippen wird und dass man dann auch einfach beruhigt in sein Abenteuer starten kann. Ich bin mit Julio und bin jetzt auch für drei Monate Work & Travel Music für Neuseeland unterwegs. Wir sind sehr, sehr schnell als Gruppe zusammengewachsen zum Glück, haben uns alle super verstanden. Die fahre mich tatsächlich auch aufs Rumreisen, weil ich im Vorhinein mir schon ein Kepferband geprüft habe und eigentlich dachte, dass ich ziemlich viel alleine bin, aber die beiden haben sich in der Nähezeit einfach angeschlossen. Genau, und jetzt fahre sie zu dritt ein bisschen rum. Egal, wen du fragst, die sind einfach offen und nett und versuchen, dir immer zu helfen. Das finde ich super an Neuseeland. Tatsächlich hatte ich richtig Angst vor der Barriere Englisch, weil das war auch das schlechteste Fach in der Schule von mir, muss ich zugeben. Aber ich hatte noch keine Situation, wo ich gedacht habe, oh nein, jetzt hat er mich nicht verstanden oder so. Und selbst wenn ich was von ihm nicht verstanden habe in Englisch, konnte ich einfach nochmal so nett nachfragen. Und dann sind die einfach super happy und wiederholen das einfach nochmal für dich. Wir haben hier eigentlich nur so einen kleinen Teil von Neuseeland erst gesehen, aber ich finde die jetzt schon überwältigend. Du kommst so an in Neuseeland, bist du erst mal so alleine, aber dann bist du direkt in so eine coole Gruppe geworfen und findest einfach direkt Anschluss und machst dir eigentlich kaum noch Sorgen, dass es jetzt einfach alles neu ist und einfach Spaß hat zusammen.